Die Zahnimplantation ist ein aufwendiger chirurgischer Eingriff, der dazu dient, fehlende ZA nie zu ersetzen und das Kieferknochen zu stabilisieren. In diesem Video werden wir Ihnen einen detaillierten AO-Eberblick A1-Viertel BER den Prozess der Zahnimplantation geben, mit einer Schritt-FA1-Viertel-R-Schritt-Anleitung, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, wenn Sie sich FA1-Viertel-R eine Zahnimplantation entscheiden. Schritt 1 – Die Diagnose Bevor mit der Zahnimplantation begonnen werden kann, ist eine GA1-Viertel-endliche Diagnose erforderlich. Ihr Zahnarzt wird Ihre Munda-Halle GA1-Viertel-endlich untersuchen und rar entgehen Aufnahmen machen, um den Zustand Ihres Kiefers und Ihrer ZA nie zu beurteilen. Basierend auf diesen Informationen wird ein individueller Behandlungsplan FA1-Viertel-R-Sie erstellt. Schritt 2 – Die Vorbereitung Vor der eigentlichen Zahnimplantation MA1-Viertel-SEN maglicherweise einige Vorbereitungs-Mainamen getroffen werden. Dazu gehören zum Beispiel die Extraktion von abgebrochenen oder Caria-Senset-Aninen, die Entfernung von Enza1-Viertel-endem Gewebe oder die Knochenregeneration, falls der Kieferknochen zu schwach ist, um das Implantat aufzunehmen. Schritt 3 – Die Implantation Der eigentliche Implantationsprozess beginnt mit einer artlichen Beta-Ubung, um Schmerzen zu vermeiden. Anschließend wird der Zahnarzt eine kleine A-Öffnung im Kieferknochen vornehmen und das Implantat vorsichtig einfach ein Viertel rennen. Das Implantat besteht aus einem Titan-K-Pair, der fest im Kieferknochen verankert wird und als K1-Viertel nästliche Zahnwurzel dient. Schritt 4 – Die Einheilphase Nach der Implantation muss das Implantat Zeit haben, um im Kieferknochen einzuheilen. In der Regel dauert die Einheilphase etwa 3 bis 6 Monate, während der das Implantat fest im Knochen verankert wird und sich umliegendes Gewebe um das Implantat herum bildet. In dieser Zeit sollten Sie besonders auf Ihre Mundhygiene achten und den Heilungsprozess unterste 1 Viertel ziehen. Schritt 5 – Die Prothetik Nach der Einheilphase wird die Prothetik, also die K1-Viertel nästliche Zahnkrone, auf das Implantat aufgesetzt. Die Zahnkrone wird speziell F1-Viertler sie angefertigt und an das Implantat angepasst, um sowohl ästhetisch als auch funktional optimal zu sein. Nachdem die Zahnkrone aufgesetzt wurde, sollten Sie regelmaarige Kontrolltermine bei Ihrem Zahnarzt wahrnehmen, um sicherzustellen, dass das Implantat gut verheilt und keine Komplikationen auftreten. Schritt 6 – Die Nachsorge Die Nachsorge ist ein wichtiger Bestandteil des Implantationsprozesses, um sicherzustellen, dass das Implantat langfristig erfolgreich bleibt. Dazu gehart eine gute Mundhygiene, regelmaarige Zahnarztbesuche und gegebenenfalls professionelle Zahnreinigungen. Durch eine gute Nachsorge kann Ihnen Sie die Lebensdauer Ihres Implantats wählernähern und maglichen Komplikationen vorbeugen. Insgesamt ist der Prozess der Zahnimplantation komplex, aber mit der richtigen Vorbereitung, Sorgverältiger durch Vereinfiertelung und konsequenter Nachsorge kann Ihnen Sie langfristig von einem stabilen und ästhetisch ansprechenden Ersatz Ihrer fehlenden ZA nie profitieren. Wenn Sie weitere Fragen zur Zahnimplantation haben oder sich F1,4R eine Behandlung interessieren, zagern Sie nicht, Ihren Zahnarzt zu konsultieren und gemeinsam einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen. Zahnarzt Zahnarzt Zahnarzt